Denkst du Rap 2139 eventuell möglicher Weise unter Umständen vielleicht Ist das Ende dieses Films jetzt erreicht Doch jedem Ende wohnt ein Zauber in Wir trinken Glied aus der Regengrille Unsere Wahrheit hat sich verkleidet Tieren, mach Kleinkünstler United Ein Angebot wurde unterbreitet Welches ihr annehmen könnt Und auch nicht Kommunizieren, mitieren, die Dinge formulieren, die wir alle nicht kapieren Sie reden was von dem Planet, der untergeht Doch wir alle verstehen zu spät Denn wir sagen, na für alles pure Fantasie Hier ist eine bürgerliche Kategorie Reality Check Keine Zeitalter, in uns zog das postfaktische Zeitalter Die Rache der Beknackten Unsere Filings verschellen an den Fakten Wir zeigen unserem Regenwald ein PDF Und verklagen bei Regen einfach den WWF Denn wir haben keinen Brauch von uns zu ändern Wir kommen nicht um zu denken, wir kommen um zu stänkern Keine Lust, das einzusehen Die Nummer drehen Nicht die Scheiße eingestehen Ist kein Problem Und dazu muss man eins verstehen Die Zeit zu wählen kann, wenn wir alle Zeichen sehen Und die Zeichen sind unmissverständlich Der Planet bleibt bestehen Der Mensch ist endlich Das Ende ist nah Hunderttausend Meinungen, nur eines ist klar Wenn wir diesen Planet hier doch verlieren Dann gibt es kein Planet, um auf ihm zu diskutieren Ja Disco, 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 disco diskutieren Disco, 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 diskutilieren Wäre doch schade Wäre doch schade, wäre doch schade Wäre doch irgendwie auch ein bisschen schade Oder nicht? alles voll mit halluxinierenden Leuten hier ich bin raus und schön mit meinem Beuteltier bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020